Oh, nee. Ich bin liebenswert. Liebenswert. Die Woche tut's liegt unserem Fluch. Wir werden unser Enkelkind sehen. Was heißt Too Sweet? Marlene heißt's. Marlene. Meine Eltern, die kommen quasi zu Besuch. Hallo. Wir erzählen Oma und Opa nix von Marlene. Oma, bist du eine Zauberin? Unser Tierheim ist noch lange am Ende. Der arme, vernachlässigte Papagei ist Gold für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Sie können nicht leben. Die Knielingerfamilie nimmt Nazi-Papagei auf. Rotfrau verrecke! Rotfrau verrecke! Rotfrau verrecke! Rotfrau verrecke! Wir sind keine Nazis. Wir haben bloß einen Vogel. Soldatenmarsch! Hat sowas der Hitler nicht auch schon gesagt? Das durften seine Eltern sich jeden Tag anhören im Ghetto. Flick! Ist jetzt deine Freundin tot? Lege hiermit die Leitung des Tierheims nieder! Du verlierst Birgit noch. Ich habe das Gefühl, ich bin... Marlene. Solidarität mit Birgit Singer! Ich bin Marlene! Ich bin Marlene! Sie instrumentalisieren wie ein Tier! Ich bin ein Deutscher! Das ist noch viel schlimmer als ich dachte. Das ist ja... Heil Hitler? Ah! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020